Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Titanfall, mit dabei der Dalu Bob. Hallo. Und wir sind wieder unterwegs in dem Modus Hardpoint, Angel City. Der Klassiker. Erstmal hier rüber zu C, denn hier gibt's die Gratispunkte. Gratis? Gratis ist immer gut. Gratis ist immer gut da. Alles klar, wir gehen rüber zu B. Ich gehe nach B, ja. Yo, ich bin dabei. Mal rein in das Haus. Oh, weggeballert die beiden hier. In der nächsten Runde will ich unbedingt die Shotgun zeigen. Dann kommen sie unten. Ich bin oben. Einer ist oben. Einer ist oben gekommen. Nee, den hab ich auch. Ich cloak im Moment, ich renn hier oben rum, gekloakt. Einer ist durch Fenster. Ich seh niemand. Ich hab zweite Etage, zweite Etage durchs Fenster, glaub ich. Alles klar, sehr gut. Wir haben B. Was meinst du? Rüber zu A? Direkt hier alle in einer Reihe nehmen? Ja. Ich muss dabei grad erstmal wen töten. Wir haben schon wieder eine Challenge gemacht, aber ich krieg keine XP mehr. Ach ja, wir haben rausgefunden, Level 14 ist ja Maximum. Wenn ihr jemanden sehen solltet über Level 14, dann ist es irgendein Mitarbeiter. Ja. Und es gibt viele Leute über Level 14. Zumindest gestern war das so. Ja, die EA-Mitarbeiter, die sind ziemlich fleißig unterwegs. Wir haben Zeit, ja. Wir haben Zeit, die Jungs. Aber es sieht sehr, sehr gut aus für uns. C, nehmen Sie uns jetzt grad wieder. Da hinten rennt einer rum. Da hinten rennt einer rum. Wo will er denn hin? Wo will er denn jetzt hin? Wo will er denn jetzt hin? Kennst du das? South Park? Wo Stan Marsh... Ach ja, Heroin-Hero mit dem Drachen. Wo will er denn hier? Gleich hab ich den. Wo will er denn jetzt hin? Ey, da drüben sitzt ja einer dran. Das hab ich ja noch nie gesehen. Ja, an diesen Automaten, ne? Also an diesen Capture-Points. Ja, genau. Da sitzt einer und tippt irgendwas ein. Alles gleich. Geh mal rüber zu B. B bin ich grad auch. Irgendwie wenig los. Wir dominieren hier gerade ganz schön. Wir dominieren sehr gut. Wir sind hier mal wieder voll dabei. Wir haben gerade schön hier einen weggeholt. Da kommt einer rein ins Fenster. Er hat mich. Ich hab ihn. Alter Schwede, ich verteidige den Mist aber auch, ne? Alles klar, mein Titan ist ready. Ich hol ihn. Ich beschwöre ihn. Aus dem Himmel kommt er. Und... Reinspringen. Mein Titan ist auch schon am... Verteidigen. Stell dich mal schön auf die Kreuzung. Ich kann nur sagen, bei C... Volles Programm. Ja, ich seh dich da grad hinlaufen. Aber solange wir A und B haben, haben wir halt auch gewonnen. So. Wow, 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 wow. Ich werd hier grad ein bisschen in die Mangel genommen. Kümmer dich drum. Alles klar, Titan Krieg. Wo will er hin? Wo will er hin? Wenn wir den jetzt auch noch C wegnehmen, was haben wir... Wo sind die denn? Gar nichts mehr. Wir haben sie voll am Sack. Wir zerlegen sie. Wir zerstören sie. Disrespect. Disrespect. Ich hol grad auch einen Titan noch. Der schießt auf meinen. Der Titan hier drüben ist ziemlich feige unterwegs. Ah, da hinten. Jetzt seh ich ihn. Wow, yes. Ich hab die Raketen hier schön mit dem Schild gefangen. Man muss ja hoffen, dass er das Schild nicht auch drin hat. Nee, nee, ich hab seins abgefangen. Also er hat erst aufgeladen. Dann hab ich seins abgefangen. Bis Level 14 kannst du ja noch eine andere Fähigkeit nehmen. Eine Rauchbombe. Elektrosmog. Ja, diese Rauchbombe macht auch Damage an allen. Oh nein, es kommen zwei. Ich geh nach A. Caps hat, glaub ich, nur einer. Ist nämlich sehr... Achso, wir kämpfen. Oh, ich hab ihn. Den Piloten rausgerissen. Da sieht man's mal. Aber jetzt müssen wir fliehen. Geh nach B. Alles klar, ich häng dran. Ich hab ihn. Hängst du drauf auf den Roboter? Roboto gegen Roboto. Komm schon, komm schon, komm schon. Er will fliehen. Hol den Titan, hol den Titan. Boah, jetzt nehm ich ne Burn Card. Jetzt nehm ich ne Burn Card. Mehr Damage mit der Rifle. Ey, der wieselt hier rum. So ein Feigling, ich hab ihn. Mann, der war eben gerade ganz schön wendig unterwegs. Kann es sein, dass hier noch einer von denen rumrennt? Titan? Ne, die müssen das auf dem Karten sehen. Ne, ne, ein Pilot. Rote Punkte sind Piloten. Alles klar, ich renn hier mal rüber zu C. Oder geh ich zu B? Ich geh zu B. B tappen wir gerade. Egal, ich bin mit dabei. Hier mit am Start. Geh nach A. Ich komm mit. Wow, 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 wow. Ich wollte gerade da rein und einer wollte da raus. Wow, hinter mir, hinter mir. Das sind zwei. Ich hab ihm noch einen Jump Kick gegeben, ey. Ach, der hat die Shotgun. Oh, die will ich auch mal testen. Ja, genau, die Shotgun. Die will ich im nächsten Gameplay haben. Ja. Nächstes Gameplay, Shotgun-Gameplay. Shotgun-Gameplay. Yes, ich hab eben gerade den EA-Mitspieler weggeholt. Den Condi-Find oder sowas. Diese Noobs. Können ihr eigenes Spiel nicht. C haben wir, wie sieht's aus? B haben wir auch noch. Ja, wunderbar, easy. Alles klar, wir hätten beinahe A. Ich ruf mal meinen Titan zurück. Ich halte hier die Stellung. Wieso, wie kann man einen wegziehen? Wie meinst du das? Ja, hier hat gerade ein Gegner, eine Leiche weggezogen. Nee, das war ein NPC. NPCs machen die verrücktesten Animationen. Aber du selber kannst du was nicht. Ich musste mich selber killen. Er musste sich selber killen. Ich hatte keine Wahl. Ausreden, alles ausreden. Ich wollte den Titan unbedingt shoppen. Der eine Titan hier flieht vor mir. Jo, jetzt bin ich dran. Hier, das ist ein Gegner, Titan. Alles klar, den hätten wir, den hätten wir. Titan zerlegt. Oh, da steht er schon down vom Titan. Ich liebe die Anti-Titan-Granaten. Wo hängt der rum? Eben gerade war er doch noch hier bei mir. Ah, hier drüben. Ah, kriegen wir den. Komm schon, komm schon. Yes, ich hab ihn weggeholt. Sehr gut. Sehr gut. Gut, Schmendele. Schmendele? Gut, Schmendele. Was ein Angriff. Ah, nein. Schon wieder hängt jemand an meinem Titan. Ich nehm einfach mal ne Shotgun auf. Ich hab den vom Boden aufgehoben. Irgendwo hier rennt noch ein Pilot rum. Titan da drüben. Er soll mich mal hier verteidigen. Wir haben das gleich schon gewonnen. Es geht ratzfatz. Wir sind aber auch jut. Ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt hier noch mal einen Gegner finden wegen der Shotgun. Ich hab grad schon einen gekillt damit. Ey, ist super. Oh, bei B tappt einer. Das kann ich nicht zulassen. Ich hab hier gerade ein Duell mit nem Titan. Ich hab schon einen geholt mit der Schorri. Titan ist auch wieder da. Ich find die Sidewinder ist so ne geile Gun. Ja, die geht ja auch. Alles klar, wir haben gewonnen. Ich wurde noch zerrissen, aber wir haben gewonnen. Du kannst ja nochmal einsteigen. Einmal kommst du ja auch nochmal wieder, ne? Einmal geht noch. Jetzt müssen wir sie hier verteidigen. Da seh ich da, Luca, trennen. Fliegen eher. Ich gleite über die Map. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Wow, die haben da einen Titan schon. Aber der muss ja auch steigen, wenn er rein will. Der ist Auto. Da ist niemand drin. Okay, oben ist schon einer von denen. Wahrscheinlich der EA-Mitspieler. Ne, Cowboy Spesen hat's hier. Noch einer oben. Zack. Auch weg. Oh, die Shotgun. Hier ist das Schiff. Wir gehen da ist kein rein. Nein, einer ist drin. Einer ist drin. Kann ich ihn noch abballern? Nein. Aber der andere. Oh, Mist. Alle kommen hier rein. Die sind direkt von unten reingesprungen. Wand hochklettern und rein. Okay, die sind weg. Die sind weg. Was eine geile Runde. Also die haben wir auf jeden Fall zerlegt. Weißen entkommen. Auch das Scoreboard ist für uns echt gut. Ja, sieht ziemlich gut aus. Die Stahlgurke. Die Stahlgurke war neu. Er hatte keine Chance. Nee, war ein Anfänger. Nee, ein blutiger. Neuer Pilot. Er hat's gar nicht kommen sehen. Er hat's gar nicht kommen sehen. Das haben sie mir im Training nicht beigebracht. Noch in der Titan-Ausbildung. Was laden wir eigentlich gerade? Ich hab keine Ahnung. Welcome to the Frontier. Das ist direkt ein neues Map. Wär ja cool, wenn jetzt hier so eine neue Map rauskommen würde. Ja, ist der Part nicht zu Ende? Keith, erklären Sie uns, das ist der epische Kampf vorbei. Nee, ich bin irgendwo gelandet. Bei ihm gerade in einer anderen Welt. Du auch? Äh, ja. In so einer Trainingswelt. Oh mein Gott, Leute. Wir zeichnen hier wohl gerade irgendeinen Bug auf. Was ist passiert? Wir sind mit 300 Mann im Trainingsmodus. Los geht's. Als erstes gehen. Ja, du kommst hier nicht raus. Wir sind gefangen. Oh nein. Leute, das war's. Die haben uns verarscht. Cube. Erinnert mich an The Cube. The Cube. Das ist der Trainingsmodus. Der ist vorbei. Nein, jetzt werden wir rausgenommen. Ja. Guck mal, wir sind einer mehr. Das war ein mysteriöser Bug. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und tschüss. Tschüss.